Guten Tag, mein Name ist Ute Simon. Ich arbeite als Office Trainerin mit einem Schwerpunkt auf PowerPoint. Ich gestalte Vorlagen und Präsentationen, arbeite an Veröffentlichungen mit und beantworte Fragen in Foren. Seit 2005 hat Microsoft für dieses Engagement regelmäßig den Award als PowerPoint-MVP verliehen. Müssen Sie regelmäßig präsentieren und dabei Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung unterschiedlichen Zielgruppen vorstellen, zum Beispiel auf Messen oder als Außendienstmitarbeiter, oder wollen Sie Informationen an unterschiedliche Zielgruppen vermitteln, zum Beispiel als Lehrender oder in einem Museum, dann ist dieses Videotraining für Sie richtig. Denn darin zeige ich Ihnen, wie Sie den Ablauf Ihrer Präsentation so gestalten, dass Sie damit flexibel auf die Bedürfnisse Ihrer Zuschauer eingehen können. Mithilfe von Hyperlinks und Aktionen reagieren Sie interaktiv auf Ihr Publikum und rufen genau die Informationen auf, die gerade benötigt werden. Durch zielgruppenorientierte Präsentationen bringen Sie mehrere Erzählstränge in einer PowerPoint-Datei unter. Mit Übersichtsfolien und anklickbaren Buttons ermöglichen Sie dem Betrachter die Auswahl des Themas. Gerade im Außendienst werden zunehmend Tablets als mobile Begleiter eingesetzt. Deshalb werde ich Ihnen zum Schluss auch zeigen, welche Besonderheiten Sie beachten sollten, wenn Sie auf solchen Touchgeräten präsentieren. Lassen Sie uns nun auch Ihre Präsentation mit passenden Bausteinen flexibel gestalten. Viel Spaß mit dem Videotraining zur Interaktion in PowerPoint.